Musik Okidok, ich kann mit Controller spielen. Na dann, starten wir mal. Untitled Goose Game. More like untitled Duck Game. Na, zum Start an X drücken. Ja, kleine H*** guckt da oben raus, Alter. Zum Rennen A halten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Freiheit! Drücke Erdtier mit seinen Flügeln zu schlagen. Was geht? Wir können schwimmen. Natürlich können wir schwimmen. Brudi, sei mal nicht so aggressiv. Was geht ab? Ich bin nur eine harmlose kleine Gans. Geh in den Garten. Ah, ich will noch mehr Quests abschließen. Hallo? Ich will diese Schlüssel haben, Brudi. Lass mich an deinen Arsch. Lass mich an deinen Arsch. Das ist Tierkulerei! Ich hole gleich Peter. Wo bringe ich den Schlüssel hin? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn geklaut. Was tue ich jetzt? Wir sollten ihn hier verstecken. Ich bin nervig. Hallo? Ich habe eine Waffe. Okay, wir sollten vielleicht nicht direkt versuchen, ihn umzubringen. Wir werden sehen. Ah, nicht in ihrem Element, Alter. Was ist los hier? Bring den Gärter dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Mach ein Picknick. Bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanal, Radio, Kopf. Hm. Ich habe mein Sandwich alles weggeworfen. Damn. Ich muss damit ein Picknick machen. Ich will ein Picknick machen. Oh. Jetzt so ein Sandwich, Alter. Mach den Gärtner nass. Ja, Mann. Du W***er. Das ist mega die stressige Gans, die bei dir eingebrochen ist. Lauf, Rüdiger. Lauf. Nein. Tierkühlerei, Tierkühlerei, Tierkühlerei. Lass mich in Ruhe, du Hurt, Eier. Mh. Sandwich, Apfel, Karotte haben wir. Kürbis, Marmelade, Thermoskanal, Radio, Kopf. Alter, F***. Fall da. Ich will den Kürbis mitnehmen. Guter Kürbis. Gute Ernte. Viele fragen sich vielleicht, was will eine Gans mit einem Kürbis, der so groß ist wie sie selbst? Seht und staunet. Deswegen brauche ich noch das Radio. Wo war das Radio? Radio, Radio, Radio. Hm. Wo ist denn mein Kürbis hin? Alter. Du musst es auf die Picknickdecke bringen. Welche Picknickdecke? Wir haben nur dieses Deckchen hier. Wir müssen eine Picknickdecke finden. So, Alter. Now we're talking. Ein schönes Picknick für eine kleine Gans. Was geht ab? Oh, Herr Gärtner. Dürfte ich sie doch mal einiger Gegenstände erleichtern? Tschüss. Marmelade war kein Brot. Das ist mir egal. Ich will sie einfach nur haben. Mach ein Picknick. Nein. Nein. Du. Gib mir mein Rechen. Hast du gerade getreten? Ich rufe gleich Peter an. Ich schwöre, Alter. Ich bin nur eine Gans. Wie trägt er seinen Sonnenhut? Wo ist überhaupt sein Sonnenhut? Na? Kommst du, um deine Kanne wieder richtig hinzustellen? Natürlich nicht. Wo bist du gerade überhaupt? Egal. Jetzt oder nie, Alter. Der Rechen. Jetzt oder nie, Alter. Jetzt oder nie, Alter. Jetzt oder nie. Nie oder nie. Nie oder jetzt. Nein. 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 Jetzt oder nie. Nie oder jetzt. Komm zurück. Ich raste aus. Ich kriege das nicht gepackt. Ich raste aus. Jetzt oder nie. Juhu. Sie Hupen, Sohn. Bring den Gärter dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Und bring den Gärter dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Sie Hupen. Ich habe sie ausgetrickst. Der guckt wieder so ein Hupen. Haha. Jetzt klaue ich deinen Hammer. Sperre den Gärten aus dem Garten aus. Wir haben es geschafft. Du wirst niemals einen Schlüssel wiederfinden. Ich liebe es, einen Hupen zu spielen. Guckt euch diesen Hupen an. Haha. Wieder watschen. Lauf. Nein. Ich hatte es. Wir haben es aber geschafft, Leute. Haha. Sonnenhut. Ich bin eine fucking Legende in diesem Spiel. Tierquälerei, wenn sie mich anfasst. Tierquälerei, wenn sie mich anfasst. Zerbricht den Besen. Sperre den Jungen in die Telefonzelle ein. Bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen. Bring jemand dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. Tritt im Fernsehen auf. Geh einkaufen. Lege in den Korb Zahnbürste, Klopapier, Haarbüste, Konservendose, Reinigungsmittel, Obst und Gemüse. Ach du Scheiße. Mein Korb. Das ist mein Korb. Eine Zahnbürste. Dinge, die Enten brauchen. Ich meine, Gänse brauchen. Wee. Sperre den Jungen in die Telefonzelle. Zerbricht den Besen. Ich will diesen Besen zerbrechen, aber ich weiß nicht, wie. Wie zerbricht man den Besen, Leute? Like, als Ente. Oh. Na komm, lass uns kämpfen um den Besen. Gib ihn mir. Ja. Das hat funktioniert. Tritt im Fernsehen auf. Oh, ich war im Fernsehen. Hallo, Ladies and Gentlemen. Welcome to Duck TV. Alter. Die hat mittlerweile auch ein Entenverbotsschild. Aber ich bin eine, ich bin eine ganz alter. Ich kann doch keine Schilder lesen. Ist die dumm? Ich muss Peter. Alter. Tiercoolerei. Endlich kann ich alles tun, weil ich jemals machen wollte. Ja, Mann. Und irgendwie noch mehr Aufgaben mache, oder? Alles habe ich gemacht. Was muss ich tun? Ich muss das tun in der Garage. Aha, danke schön. Ah, sweet, Alter. Weiter geht's. With the f***eridu. Dackereboo. Ab f***erimackere. Eingebrochen bin ich. Bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu zerbrechen. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Bring den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Binde dir eine Schleife um. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Wasche die Wäsche. Mit ein BH, ein paar Socken, ein Pantoffel, ein Seifenstück. Bis zum nächsten Mal.